Schaut mal, subhanallah, dein Vater und deine Mutter kaufen ein Haus mit Zinsen. Du und deine Schwester, ihr lebt da drin. Werdet ihr belangt zur Rechenschaft gezogen für die Sünde eurer Eltern? Ja oder nein? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Das ist die Sünde der Eltern. Richtig, was haben wir gesagt? Jede Seele trägt die? Die eigene Lasten. Die eigene Lasten. Die Kinder haben nichts damit zu tun. Abul Barat, die Kinder leben in der Wohnung, die mit Zins gekauft wurde in dem Haus. Haben sie nichts damit zu tun? Nein. Sie haben nichts damit zu tun, wenn sie natürlich nicht mitgeholfen haben. Sie haben nichts damit zu tun.